Oreka, Oreni, On Demand, Giant, Da! Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play First Time. Und heute habe ich ein Game für euch vorbereitet, das vielleicht so keiner hat kommen sehen. Und zwar nennt sich das Game schlicht und einfach Halloween. Und ich bin ja sowieso schon seit längerem jetzt auf einem Horrortrip. Joe On The Grudge übrigens dann auf jeden Fall die besten Horrorfilme, die man jemals gesehen hat. Und man sollte die sich definitiv geben. Und ich habe mir jetzt Friday the 13th, den ersten bis zum achten Teil, also bis Jason Takes Manhattan, alle angeschaut. Der nächste, den ich mir anschauen werde, ist natürlich Jason Goes to Hell. Und dann auch die 2009er Version, Jason X, ist sowieso absoluter Schwachsinn. Aber davon abgesehen, gibt es ja neben Friday the 13th so ein paar Filme, die man definitiv gesehen haben sollte. Und dazu, also im Horrorsektor zumindest, und dazu gehört definitiv auch Halloween. Genauso auch wie Nightmare on Elm Street. Aber Halloween und Friday the 13th haben ja eine Sache gemeinsam. Und zwar, dass man den Hauptprotagonisten, Jason Voorhees, respektive Michael Myers, eigentlich nie wirklich down kriegt. Und das Interessante ist allerdings, wie ich auf dieses Game aufmerksam geworden bin. Und zwar, äh, war ich heute auf YouTube unterwegs, so wie eigentlich jeden Tag. Und, ähm, kam dann irgendwie auf, ähm, auf, äh, Halloween. Also auf den, auf, 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 auf den, äh, auf das Main Theme, dieses Din, 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 Din. Kennen wir ja alle. Und man kann das natürlich sehr schön als Rapbeat verwursten. Haben wir da ein paar so durchgehört. Und dann hab ich auf einmal gesehen, oder in den Comments stand dann so, ja, es gibt ja, oder genau, da hab ich eine 8-Bit-Version gesucht. Weil ich ja wusste, dass es das Game für den Atari damals gab. Und einer hat das dann eben auch in die Comments geschrieben. Er würde gerne dieses Game zocken. Und dann hat eben auch einer geschrieben, ja, es gab ein Game für den Atari und so. Sind scheiße teuer. Ich hab mal nachgeschaut. Ich glaub, so 80 Euro oder so gibt's das, glaub ich, auf Ebay. Also, äh, sehr preiswert auf jeden Fall. Und dann hab ich durch Zufall irgendwie in den, äh, recommended Videos, hab ich Halloween gesehen. Äh, Free Indie Horror Game. Äh, zwei Leute insgesamt hab ich gefunden, die das Ganze let's played haben auf YouTube. Gibt vielleicht noch ein paar mehr. Aber das waren diese typischen Leute. Ich hasse, ich hasse solche, solche, oh, ich hasse solche Let's Player. Die in die Videobeschreibung den fucking Download-Link nicht mit reinpacken. Ich mein, das Game ist for free. Warum packt man den scheiß Download-Link nicht rein? Weil es war extrem schwer, muss ich sagen, Download-Links zu diesem Game zu finden. Denn, ähm, wenn ihr gerne mal hier schaut, das Game ist auf Halloween.de.uptodown.com. Slash Windows.slash Download. Ähm, es kann sein, also auf IndieDB oder so hab ich's in dem Fall nicht gefunden. Außer, ich bin komplett bescheuert. Äh, Moment, mal kurz nachschauen. Halloween IndieDB. Ähm, Halloween Forever sehe ich hier gerade. Aber das ist es definitiv nicht. Oder ist es das? Mal kurz nachschauen. Nee, definitiv nicht. Ähm, aber ja, auf dieser Seite habe ich's letzten Endes gefunden. Entwickelt von Pig Farmer Games. Keine Ahnung, der Klassiker jetzt auch als Videospiel. Das ist sogar eine deutsche Seite letzten Endes hier. Und, äh, wir sehen's hier. Das Game ist for free, wie wir hier sehr schön an Lizenz sehen. Ich hab diese Seite übrigens noch nie in meinem Leben gesehen. UpToDown.com. Das sieht irgendwie ein bisschen abstrus aus. Und wurde released. Und deswegen war's wahrscheinlich so schwer, auch, äh, den Download-Link zu finden. Am 15.10.2013. Das Game hat's irgendwie geschafft, fünf Jahre lang an mir vorbeizuwatschen. Keine Ahnung wie. Aber das werden wir jetzt logischerweise ändern. Wir schauen mal rein in das Game Halloween. Und, äh, mir ist eine Sache übrigens aufgefallen, gerade als ich das Game gestartet hab. Und zwar, dass der Loading-Screen übrigens schon mal extrem cool ist. Auch wenn er sehr simpel ist. Aber ich find's cool. Und eine Sache würde ich bestimmt auch gleich auffallen, wenn ihr das Menü seht. Made with 3D Game Studio. Und man kann übrigens, glaube ich... Mal kurz schauen. Doch, okay. Okay, man kann, äh, die Größe, das... Oh, ich sollte mal den Sound reinmachen. So. Ähm. Eine Sache würde euch gleich auffallen übrigens. Game-technisch. Wenn ihr auf meinem Channel schon lange unterwegs seid, woran erinnert euch das? Ganz richtig, ähm, Power Drill Massacre. Ich weiß nicht... Wir können mal kurz nachschauen. Ähm, das hätte ich vielleicht mal vorher auch machen sollen. Power... Ich glaub, da gab's nämlich auch, ähm... Neulich ein Update sogar dazu, zu Power Drill Massacre. Ist auf IndieDB. Ich schau mal kurz nach. Ähm... Haben mittlerweile auch eine Itch.io-Page übrigens, seh ich gerade. Das ist auch interessant. Wir sind aber immer noch nicht aus dem Early Access raus, anscheinend. Man kann's mittlerweile käuflich erwerben, allerdings, für drei Euronen. So wie ich das gerade hier gesehen hab. Ähm... Aber irgendwie, seh ich hier nicht, wer das Ganze entwickelt hat, was ein bisschen... Okay, Puppet-Combo. Äh, weil generell auch dieses Cover-Art ist eins zu eins genau wie Power Drill Massacre. Was nun... Okay, vielleicht haben wir uns nicht davon inspirieren lassen. Das kann natürlich auch gut sein. Oder Power Drill Massacre hat sich hiervon inspirieren lassen. Je nachdem, was zuerst kam. Die Hände oder das Ei. Äh, wir können mal nachschauen. Auf IndieDB ist Power Drill Massacre seitdem... Release Date to be dated. Äh, ja. Also, ja. Wir haben hier oben eine Download-Page. Oder mittlerweile auch nicht mehr. What the fuck? Äh, ja gut. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben sie ihre eigene Homepage. Haben allerdings den Download-Link runtergemacht. Aber ihr könnt ja mal auf meinem Channel schauen, als ihr das Ganze hochgeladen habt. Mein Video zur Power Drill Massacre war ja ungefähr zu dem Zeitpunkt, als das Game eben letzten Endes ab war. Glaub ich. Weil man kann's mittlerweile leider nicht mehr nachvollziehen. Aber ich nehme mal an, dass das Game hier zuerst kam. Und wir können übrigens hier auch auf Options, können wir genau wie bei Power Drill Massacre eben wieder... La Noche de Halloween, auch nicht schlecht. Ähm. Können wir hier auch zwischen VHS und DVD. Und hier Kameratype können wir ebenfalls Movie, Third Person, First Person. Oh, First Person sogar. Oder auf Movie eben gehen. Movie wäre dann eben auch genau diese voreingestellten Kameras, so Resident Evil 3 mäßig eben letzten Endes. Oder Resident Evil mäßig. Halloween ist übrigens gar nicht der Color USA. 45 Minuten, werden wir sehen wieder. Also das Game ist anscheinend completed. Das hat das Game zumindest der Power Drill Massacre schon mal voraus. Und können hier nochmal schön auswählen, welche Screen Resolution und so weiter. Aber ich denke mal, wir lassen das alles mal so. Also ja, blöde. Also Switch will dann quasi Accept. Und dann gehen wir einfach mal auf New und schauen, was das Game hier zu bieten hat. New Game, natürlich. Und ich glaube, ich muss übrigens den... die Tonspur hier rausnehmen. Denn das ist auch das Halloween-Theme und das ist 100% copyrighted. Ich mach' ne Achtwirt-Version da rein einfach. Ist genauso gut. Ben Kukusa. Sehr simple Grafiken, aber... Genau so mag ich sehr. Hi Sarah, we are so glad you could come on such short notice. Ist ein Geist. Let me take your coat. Allerdings keine Sound. Das ist ein bisschen schade gerade. Hi Sarah, we are so glad you could come on... Ja, ja, wissen wir. Billy is real excited to see you. No problem, Miss Johnson. But yeah, there's definitely hype. Before we go, do you have any questions? How can I reach you? Can I get paid now? Ja. Oh, das ist... Uh, Junge. Ja, ist ja. Hallo. Achso, muss ich jetzt mit der Maus auswählen. Ah ja, anscheinend schon. Okay. Can I get paid now? Sure, we'll be back at... Achso, ja. Now means now. We must be going. Talk when we get back. Nicht das beste Englisch. Okay, ein bisschen Sound ist da. Wow. Dankeschön. Das war ein Hörsturz, da ich den Sound ein bisschen zu laut gehabt. Okay. Wir können uns hier ganz normal bewegen. Können wir rennen, können wir nicht? Können wir doch. Ja, natürlich werden wir Stamina-Bar. Und dann gucken wir mal, was hier mit Jimmy los ist übrigens. Da machen wir irgendwie... Ja, egal. Okay, das funktioniert schon mal. Das ist super. Will you take the VHS-Tape? Ja, natürlich. RIP. Haben wir auch einen Fernseher hier dritten? Jawohl, jawohl. Sehr schön. So, dann. Record your progress. Ah, Safe-Funktion. Okay. Ach, ja, genau wie Ink Ribbons in Resident Evil wahrscheinlich, ey. Okay. Alles klar. Haben wir hier anscheinend sonst nichts. Also wahrscheinlich ist es so eine Art Safe-Room, denke ich mal. Hoffe ich mal. Sprichwörtiger, sprichwörtlicher Safe-Room auf jeden Fall. Okay. Jimmy. The fuck. You have reached the Illinois Emergency Call Center. All of our operators are currently busy. Please call back later. Ja, das ist sehr schön. Wunderbar. Nein, ist Michael Myers wahrscheinlich schon mal nicht hier. Hoffe ich. Will you take the milk? He needs some milk. Natürlich. Oh, der VHS-Filter-Sicher. Okay, sonst haben wir da anscheinend nichts. It's dark and scary outside. Open the door. No. Bist du noch ganz zu weit Trost? Lots of dishes in the sink. Ja, das hat schon mal mit uns nichts zu tun. Wie take das Cereal-Box eben? Ja. Ja. Ander hungry right now. Super. Okay. Aber wir haben schon mal Milch und wir haben schon mal die Cereal-Box. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch eine Schüssel. Cool God. Wish I had something to throw away. Ah, okay. Wenn ich rechtsklick gedrückt halte, da bin ich erst zum einen aus dem Game, weil das keinen Maus-Lock hat, aber ich kann mich auch so quasi dann umschauen. Okay. Na, ist schon mal gut. Sie slidet irgendwie so ein bisschen durch die Welt hier, ne? Ist ein bisschen merkwürdig. Okay, hier sehe ich irgendwie absolut gar nix. Geil. AM Radio, turn it on. Yes. Yes. Das läuft immer noch, aber ist egal. Das ist cool. Just old boxes and stuff. Attention, attention. Citizens of Haddonfield. The hunt for the recently escaped patient, Michael Myers from Haddonfield Penitentiary continues. We recommend all civilians stay inside and lock your doors. The masked man is considered extremely dangerous, and reports indicate that he is killed or severely injured close to a dozen people at last count. Please do not beat his terror. Instead, assist authorities in the safest way possible by staying home and alerting your Was? 616? Da hat's irgendwie aufgehört. Okay, alles klar. It's too dark to see anything outside. Wir haben jetzt gerade ein kleines Problem. Kann ich das Radio endlich mal ausstellen? Weil ich höre noch die Musik im Hintergrund. Also irgendwie ist irgendwas ist noch an. Oh, Md. Ja, jetzt ist komplett alles am Arsch soundtechnisch. Wunderbar. Okay, lass ich mal in die... Wow. Okay, das ist nicht die beste Kameraführung, muss ich sagen. Jawohl, geht doch. Turn on the TV. Der Powerbutton ist to be broken. Alles klar. Nothing interesting here. Alter, den Sound kann man jetzt gar nicht antun gerade. Okay, hier haben wir so einen begehbaren Wandschrank. Für wenn Mr. Myers wahrscheinlich hier kommt, denke ich mal. Mhm. Okay, wir haben auf jeden Fall noch einen zweiten Stock. Da werde ich da wahrscheinlich gleich mal nachschauen. Deshalb haben wir Michael Myers noch nicht getriggert. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber, boah, hier ist die Kamera echt scheiße, muss ich sagen. Ja, ein bisschen laggy ist es auch teilweise, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, da haben wir VLC-Player da unten liegen. Wow, okay. Und zwar jetzt diese Ladesequenz gerade. Das macht mir irgendwie ein bisschen bedenken, muss ich sagen. Okay. 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 Mann. Na gut. A turntable. Too bad they don't, they only have Ornett Coleman LPs here. Shots fired, boah. Okay. Wir kommen immer neue... Warum ist es hier so dunkel? Wir bekommen zumindest immer neue... Ähm... Milch haben wir zumindest schon mal. Ah, ja. Ah, jawoll. Sehr gut. Yes. Nice. Okay. I'm so glad. Okay, dann. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. 5 5 5 4 2 1 5 Ach fuck off Mann Gib mir wenigstens meine Warnung vorher dass ich weiß wenn ich mir die Nummer notieren kann I can't use the bathroom right now Feels like someone is what I always feel like Nobody is watching me And I have no privacy Oh 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 Keine mirrors aber dafür windows eh He Okay Die Sprintanimation ist ja sehr schön gelungen muss ich sagen We move the course Looks like it goes to another bedroom Achso ja okay Wenn die Frage kommt dann kann ich davon ausgehen in diesem Game anscheinend dass es locked ist Okay Ich weiß nicht ob wir jetzt alles abgegrast haben oben Aber Wir hätten noch Die Möglichkeit raus zu gehen Diesen scheiß Balk hier werde ich gleich mal abfangen übrigens Den habe ich bisher noch nicht einmal irgendwie fangen können Aber da kriegen wir auf Vielleicht nur irgendwann hin diese diese Nacht Okay I'm ready Okay Anscheinend können wir mit dem nicht interagieren sollen wir aber recht sein Ähm Die sind glaube ich wieder Genau Genau die hatten wir ja vorher geöffnet das heißt die Türen sind glaube ich wieder zu wenn wir in den nächsten Stock weg gehen It's too far to go anywhere without a car Aber wir konnten ja vorhin Von der Küche aus also ich glaube von hier konnten wir ja raus Aber wir wissen was die Musik übrigens heißt das heißt Jetzt kommt gleich wieder ein neuer Michael Myers Broadcast wahrscheinlich Achso ja Ja Aber es klingt Ah wahrscheinlich lockt noch I should go out there alone Ich habe ja eine die ganze Zeit hier rumläuft Den Wind so hier könnte ich den ja mitnehmen Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee So Zum Glück gibt es YouTube Und so habe ich ein Playthrough gefunden Ähm Das hätte ich ihn niemals in meinem Leben übrigens gefunden Und zwar hier Will you take the remote control Gerne Da kriegst du ja einen Hörsturz Ohne Scheiß Das Game ist nicht gut abgemischt So Okay Jetzt nochmal den äh Fernseher finden Jetzt seht ihr sofort da Ja Yeah Yeah The TV is on Nice I'm hungry Okay Okay Das ist der Film Alles klar Äh Ja Wo Ah da Äh Was ist das Hello 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 Okay Hätten wir es auch geklärt Ne Keinen Bock I'm not hungry right now Ja Billy schon Hey Sarah Ah Jill You scared the shit out of me Huh With your phone breathing bullshit Phone breathing? When you just called Are you off your meds again? I didn't call If it wasn't you then who? Hey Remember that guy from the mall Are you going to call him? No You act like such a goody-two-shoes all the time That's not true You're babysitting on Halloween You should be out getting some action I should be out making money Gotta get some lovin' Call a guy Do you have a Ja 555 It's in my coat Let me know how it goes Remember my number is Oh Okay Komm schon Okay 55 Ähm 8 3 4 5 Sehr kreativ Bah Mein Inhalts Inhalts Mein Anhaltspunkt Ups Ne No No Falsch Böse Obwohl wir können safen Gute Idee Record your progress Yes Äh Bam Bam Hallo Ja hier Mach Achso Ähm Moin Safe Yes Nice Nice Sehr schön Haben wir das schon mal hinter uns gebracht Das ist sehr schön, dass der kleine Timmy sowas übrigens schaut Ich glaub das ist sehr Das würde ihm gut tun wahrscheinlich, ja Ähm Da haben wir die Grandfather Clock Das heißt hier Da haben wir die Okay, da haben wir die Moment, da haben wir die Stimmt, das war ja dieser scheiß Angle hier Naja, eigentlich müssten wir dann hier hinten Codes drin haben Die mir nicht angezeigt werden Looking for this Jacks number Give that back You have to come get it Das haben wir schon mal geschafft, das sollte kein Problem sein, warum kann ich mich nicht bewegen? Also Okay Also Okay Was finde ich wieder dieselbe Route einfach? Nein Anscheinend nicht Ja Fine I'll give it back Das war ja sehr schwer Okay Obwohl ich eigentlich entschieden hatte den nicht anzurufen, aber okay dann Okay Game Also ich wissen was die Nummer ist Ähm Moment Moment Hello Hi Jill It's me Sarah Jessica Parker Know your friend Sarah Oh hey Pfff Whatcha doin? Nothin? Cool So 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 Did you call a guy yet? No Let me know when you do But What Fuck off AT&T, how can I help you? Hi Do you need something? Just somebody to talk to Oh I think younger Pfff 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 Pffff Gut. Okay. Escape ist tatsächlich das Menü. Nevermind. Okay. Wir machen nämlich folgendes jetzt. Ah, hier haben wir auch die Nummer. Ah, ja. Ja, okay. Combine. Ja. Use. Doch. Das kann ich genau jetzt benutzen. Horano. Ah, ja, okay. Also pack einfach nur der englische... äh, der japanische Untertitel. Sehr schön. I'm hungry. Ah, here, eat this bitch. Cereal at night. Give me the key, please. We got the liquor cabinet key. I... Äh. Steht es irgendwo geschrieben, übrigens, dass man Cereal nicht nachts essen darf, oder was? Da werde ich mir das gleich mal genehmigen, übrigens habe ich nämlich auch noch hier. Ähm. Sollen wir mal wieder die Treppe finden, das war auch wieder so ein Hassel. Hoff. Ja, oder auch nicht. Liquor cabinet key. Ja, so langsam finde ich mich ein bisschen zurecht hier. Ich hasse so reiches Pack, die einfach übergroße Häuser haben. Hätte ja sein können, dass man auch mit dem Liquor cabinet key irgendwie aufregt, so ein Universalschlüssel oder so. Aber wieso hat eigentlich der kleine Jimmy, wenn ich mal fragen darf, den, äh, den, äh, den Schlüssel zum, äh, zum Liquor cabinet? Das ist ja ein großartiges Parenting, was die Eltern hier beweisen. Ah, gut, ich meine, wir müssen recht sein. Yes. Ob eine Liquor cabinet? Ja. Ja. Give me that shit. Okay. Um 11.30 Uhr haben wir ja unser heißes Date. Oh, mal schauen, dass wir auf jeden Fall auch rechtzeitig da sind. Vor allem haben wir schöne Flashlight noch. Das, das macht das Ganze noch ein bisschen erotischer wahrscheinlich. Hm. Okay. Wir können einfach den kleinen Jimmy irgendwie abfüllen. Oder so. Äh, ja. Na, ist anscheinend schon erledigt, alles klar. Billy fell asleep. Better put him to bed. All right then. Jetzt noch irgendwas trinken, wie ein Schnäpschen oder so, ein Absack. Wer ist damit? Hm. Das war leicht creepy irgendwie. Oh, Moment, war da ein Key-Altern? Oh, ich hab da was gesehen. Nee, ich spinne einfach nur. Oh, hey, das ist uns, das ist uns, das ist ja nichts Neues. So. Okay. Das heißt, unsere... Äh, da haben wir doch schon einen Kollege Michael Myers wahrscheinlich, ja? Somebody's ringing the bell. Ring my bell. Why the fuck you lying? Unlock the door? Na, eigentlich nicht. Ja, okay. Vielen Dank.